Oder eher nicht so. Wer hätte das denn gemacht? Was denn? Die Druckwelle. Dir! BOOM! BOOM! Die ist gut. Die macht gut zu sagen. Total gut. Ich hab's eingesetzt. Scheiße, der zu scheiße ist. Ja, das... Jeder kriegt, was er verdient. Genau. Bist du scheiße, kriegst du scheiße. Doch der, der mich die ganze Zeit anal penetrieren will. Eigentlich will ich dich ja gar nicht anal penetrieren, aber du wünschst es dir doch. Nein, nein. Weißt du, der Kollege, der würde auch sagen, ne? Bettelst sie, dann mach das einfach kurz. Hey, da ist ja was. So. Boah. Oh. Was los? Ich bin schon Level 10. Lass mal skillen. Lass mal skillen, das klappt nicht. Da vorne sind blaue Gegner. Und die kommen. Nicht. Ich würde sagen, das Heifen für den Erhalt ist die größte scheiß passive Fähigkeit. Warte, lass mich ja auch mal skillen. Ich will noch nicht 10 werden. Hey, ich hab ne passive Fähigkeit. Okay. Moment. Okay. Okay. Leute, dir sehn. Woow. Woow. Woow, woow. Keine akane Macht. Keine akane Macht. Wow, kam letztens der Bruder von einer Freundin zu mir, du Schwein, dass meine Schwester in die umfahrt, habe ich zu ihr gesagt, Kumpel, sorry, kommt nie wieder vor. Der ist aber älter als ich. Und ich denke, ich leite mir manchmal Dinger, wenn ich hier bin, wie war das letztens mit dem Trübsal, der geblasen hat? Mann, ich will gar nicht wissen, was die einen... Und dann ist der Brandy aber 10 Minuten im TS und was ist hier los? Ein Hages. Guck mal, jetzt habe ich nach Folgen von euch anderen aus dem Halbwerk gesoffen worden und du sagst mir immer, das bringt dich. Schau mal, seltenes Handwerksmaterial habe ich bekommen. Möchtet ihr mal einen Hut mit 11 Stärke? Was? Wut mit 11 Stärke? Ach, einen Hut. Ich meine, einen Hut mit 18 Stärke und 18 Überlebensenergie haben wir hier. Wollen wir da reingehen? Ja, da wollen wir reingehen. Friedhof, der Verlassen... Das klingt voll verlassen. Klingt wie die stärkste Angst-Führung auf WoW. Stimmt, ja. Hast du sogar recht. Gibt auch eine Rollkür. Wahrscheinlich, dass ich es hundert Heilboden ausgeschlossen habe. Die wirst du wohl schon lange haben, oder wohl? Danke. Schatz-Doblin, Schatz-Doblin. Ja, komm mal her, auslampfen. Ja. Oder Immungegen. Das darf absolut nicht passieren. Das kostet uns zum Schluss die letzten paar Prozent live. Versehen. Ja, wo unser PPS ist alles egal. Wieso sind eigentlich hier so oft Schatz-Goblins? Ich dachte immer, die sind selten. Willst du doch auch. Alter, was ich für einen geilen Start bekommen habe. Den hab ich schon, danke. Ja, krieg ich schon nur einen Orgasmus davon. Ja, war schon... War schon mein Niveau, was ich hier bekommen habe. Nun denn. 30 Haltrinkel. Da ist drauf. Polin ist noch einmal im Jahr. Was ist denn hier los? So, muss ich schreien. Ich darf mich jetzt noch mit für Profi weitermachen. Was macht denn der? Achso, das steht da. Sourcen erhöht. Sehr schön. Immer gut. Wem sagt man danke? Ja. Ja. Wie das, was ich hier herstelle, immer zehnmal besser ist als das, was ich bekommen habe. Ja, das geht mir auch mal so. Also, ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt. 9000 Dollar. Hey! Event, 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 event. Was ist das jetzt hier? Was ist das jetzt hier? Das haben wir erst gemacht, das Event. Das haben wir erst gemacht, das Event. Das haben wir erst gemacht, das Event. Haben wir jetzt besiegt? Nein. Warum lebt er denn immer noch? Wir vergewaltigen sie. Na, was läuft der denn schon wieder weg? Na, jetzt ist er tot. Der stirbt bestimmt irgendwann in so einer Explosion, die irgendwelche Mobs auslösen. Meinen sie mich? Nee, 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 nee. Er redet von mir. Oh, ich bin erstmal Level 11. Wie ich den Erfolg noch in der Materialchen bekommen habe. Und natürlich gestiegen bin. Und wollte auch zu mir kommen, hier gibt es nämlich schon Items. Ja, aber hier sind wir gestiegen, ne? Ja, weil ich das im Quest abgeschlossen habe seit ihr gestiegen. Was soll ich denn für Raserei von Raserei halten? Was ist ein Seelenfeuer? Oh, das ist natürlich ein ganz nettes Item. Nimm mich mal mit. Und der Ring ist auch schön. Getötete Gegner geben mir fünf Erfahrungen mehr. Fragen, hast du eigentlich mit Raserei oder Spalten gekämpft? Eben gerade. Jetzt kämpft Daten. Ach so, bei dir. Ich habe hin und her gewechselt. Mit Spalten habe ich zum Schluss gekämpft. Also gegen Diablo. So. Was macht man hier? Oh, was macht man hier? Datengräber. Ich glaube das ist einer von der NSA. Okay. Wollen wir sofort weg machen, das Schwein. Guckt mal auf euer Leih. Ich denke bei zwei Waffen ist das doch schon sinnvoller. Mit Raserei zu kämpfen. LUTWAR. Was ist los mit euch? Wieso? Ich bin nicht. Ich bin nicht, ja. Du bist unwichtig. Du musst mehr erfahren, du kennst die Gegner schon. Na wat ist denn? Wat ist denn? Wat ist denn? Oh. Oh fuck. Natürlich lauf ich direkt in die Explosion. Ich glaube, er hat mal ein gelbes Item getroppt, so eine Scheiße, 2.0. Stimmt. Zauberer, Zauberer ist dein Stichwort, Brandy. Oh fuck, hab ich jetzt geile Dinge. Kupferschlossbelohnung. Zauberer, das ist dein Stichwort. Oh, sieht jetzt meine Hexe hübsch aus. Sieht aus wie Krabat. Schaden 41. Geil. Ich übermiete euch alle mit dem Doppelten. Ernsthaft? Nö. Siehst du, mal wieder ist es komischerweise die untere von den beiden. Ne, ne, da war es jetzt die vierte. Die vierte, das ist die dritte. Ne, hier können auch vier sporen, war das nicht hier? Ja, können. Aber es ist komischerweise mal wieder die hier. Es ist immer die, aber du glaubst mir ja nicht. Einmal geradeaus durch. Genau. Oh, jetzt haben wir leider einfach alle mit einem Schlag um hier. Mit den Eklern. Paprika-Wurst. Ja, Mensch. Oh, warte. Ich misch alles nur weg hier mit dem Eklern. Ich hab hier im Quader gar keinen Schaden gemacht damit der Scheiße. Überhaupt nicht. Ja, du hast ja den Gefühl zu liegen mit deinen Zweihändern. Ey, ich find mich richtig geil, Alter. Du, wirst uns verändern. Hier haltet den Kreuzzug nicht, Alter. Wir haben unseren eigenen Kreuzzug hier gerade. Ja, der Kreuzzug nach Jerusalem oder so. Ja, der weiß, wo der hinführt. In die Wallachai. Ich weiß, wo der hinführt. Ein abgelegenes Bindi. Was ist das? Ich weiß, was wir wollen. Ich krieg doch. Lass ihn aber da liegen. Kann sich jemand anders an erfreuen. Ich hab ne halbe Mülle. Tja, da freut sich natürlich der Brandy dran. Ich lass doch nix liegen. Ja, 25% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit? Zeig ich nicht, nein. Na, guck mal hier. Wieso hast du mich überholt im Level? Wieso? Typisch Protoss! Ja, bitte! Wieso spielt keiner von euch Zerg? Das liegt daran, dass ihr keinen Skill habt. Zerg kann ich jetzt einen Mako geben. Das ist schon wieder mal kurz hin. schöner elm abenteuer der abenteuerlicher ich habe ihn doch gesehen und ich bin gleich noch nicht aber gleich ein bisschen laufen oder achtung von links unten ist aber hier wieder alles gut sag mal braucht einer die dinger hier was war das nein nein oder was du gerade gesagt nein ich sag dir nein ach nee das ist fein behalt ihn verkauf ihn machen wir die hier noch tot oder nicht die krone ist nah weg von der tür weg von der tür weg von der hausland kleiner hier kommt nicht irgend so ein bauarbeiter hundesohn ich bin maurermeister kennst du schon den lehrer ich kenn auch schon den nächsten wie heißt der der hoeneß ach hat er den hoeneß gebracht ja was auf late night ach so den hab ich noch nicht gesehen das hast du auch zu ak im wandschrank gesagt aber das ist ja gar nicht doch das ist ja ak im wandschrank ist auch geil eher drittklassig lalala ich habe überlebenspunkte auf die eigene soo ich oh 894 ach schade ich dank das ist echt was geil 1400 kürzlund hast du dein Viamantschild noch in der tasche hier Wer? Du Weiß ich gar nicht Ich meinte Brandy Ja, ich weiß, ich weiß Ja, soll ich's jetzt aktivieren? Nein, du musst den in den richtigen Moment aktivieren Nee, ich mein soll ich's jetzt reinlegen Ich hab's nämlich gegen Frostnova getauscht Aber jetzt hab ich's wieder dran Bei Leoric weiß ich's genau Ob Frostnova oder Diamantschid oder was? Naja Ich mach das mal ein Und? Ich muss gar nicht sagen Kanzler Eamon Das klingt wie die Frau von Mira Eamon Nee, gar nicht Der Vater muss das sein Das klingt wie die Frau genau Oh, oh Oh Nö, geht einfach nicht weit Nö, Justi Hier ist schon wieder gestiegen Es ist nicht einfach voll bin hier Ja, ist doch kack hier Ich hab letztes Mal Legendary bekommen ich bekomme ich jetzt ein Schild der 990 wirst du machen sonst nix ich hab ne neue passive Fähigkeit kostet mich das was? nein es kostet gar nichts ich nehme alles mit was hier im Boden liegt so jetzt so ich bin durch die Stadt portaliert 2.000 Vitalität wie viel? 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 ja was ist mit dir? willst du mir was sagen? hm? sag's mir komm trau dich was ist mit dir? hm? lass meine aus dem Spiel dann lass ich deine aus dem Keller Ja, das geht mir genauso Ah Ah, jetzt kann ich Handwerk machen Ich bin am Tisch, kann ich jetzt gehen Zum Tisch Und keiner dieser Lappen Oh Gott, der Typ ist endlich Farbe, das wäre doch mal was Weg von der Haushaltleine Hier kommt nicht irgend so ein Bauarbeiter Hundesohn? Der Papa ist Maurermeister Und keiner dieser Lappen von den Zimmerleuten Ich bin nicht oben ohne Säune und nicht mittags Brüne Oh Was ist mit Arkane Flut? Ist das auch gut oder eher Arkane Kugel? Arkane ist gut Das war eine Arkane Flut Drück mal das Shift-Taste und benutze es mal Okay, warte Das waren die Lenkraketen Ach nee, Entschuldigung Ja, Justin War das gut? Das war totale Scheiße Aber wir haben auch noch Fragen gespielt Das war totale Scheiße Nicht nur ein bisschen, das war totale Scheiße Nein, also was soll ich denn machen? Nicht mehr, denn nimm die Fugel wieder Ah, aber irgendwie sieht die cool aus, die Arkane Flut Aber gut Probier sie doch einfach mal aus Vielleicht gibt es die dir ja Backtra-Klinge Was ist denn das bitte? Noch beschissenere Scheiße Echt? Finde ich zumindest Ja Das sieht doch Sneaker aus Erinnert mich irgendwie von an Inuyasha Ne, das ist echt Scheiße Dann lieber Schockimpuls Oder eher die Gletschernadel Oh, guck dir das mal an Das ist ja ein fliegendes Zäpfchen Guck dir das mal an Das ist ja Was ist er hier? Ja. Oh, ihr seid schnell rausgelaufen. Energiewirbel, was denn das bitte? Willst du auch auf Brandy warten? Er kann aufs Fahne klicken. Jo, mach ich. Warten wir mal hier, vor der epischen Tür. Genau. Ah, ich glaub Energiewirbel ist schon nicht übel. Oder, was meint ihr? Was meint ihr? Ja. Ja. Ach, der Justin meint... Ja. Also das Kram macht eigentlich gut Schaden, das weiß ich. Na, mach ich halt einfach mal die hier. Mach mal die Tür auf, die große. Will ich das? Passt doch schon. Ups. Dass ich auch immer so blöd bin und alles glaube, was ihr sagt. Na dann los. Mach mal fertig, Jungs. Zum, zum, zum. Zum, zum. Spelettkönig müssen wir unbedingt da mal rumkommen. Dort sind blauer, hier sind blauer, hier sind blauer. Ein würdingsauftrag, genauso ist das. Jawoll. Jawoll. Oh, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Ich bin tot. Ich bin tot. Fuck. Deine Taten werden unvergessen bleiben. Nein, ich bin echt gestorben. Weg, 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 weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Bleib. Ich geh erstmal hoch. Frank. Bleib. Da hör ich sofort das Handy vibrieren. Biep, biep. Du Pussy, du lässt mich da alleine nennen. Du lässt mich doch versterben. Sechst du, wenn du willst. Frank. Ja. Deine Rolle als Tank versagt. Der Magier ist tot. Deswegen. Ja. Ich hab versagt. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ich muss dir noch Entschuldigung neben seinem Grab machen. Ich finde, das ist das Queenshot wert. Oh, liegt da. Alles. Ich kann mich jetzt noch nicht mehr durchlaufen. Hast du ein Skelettkönig? Bis zum Skelettkönig bist du das aber unbedingt noch Puff... Du bist die Box. Ey, ey! Was ist denn los? Wo kommt das denn her? Haben sie jetzt von unten durchgeschossen, oder was? Hä. Du würdest ja auch jetzt den speakershot machen, hast du denn? Hab ich doch gerade. Ja, also, ich denke, er ist tot. Man! Eins, zwei, drei. Ich bin am Essen. Könnt ihr mich nicht retten? Du hast kein Freund, du hast nichts. Du hast den, du hast den, du hast den, ja gut. Komm, wir. Du ziehst die Klimaflacht jetzt hier. Wir müssen recht. Ach, der Sack, wo du steigst? Steigst du, dass man sich... Oh, liegt da. Wo liegt da? Das ist meine Leiche. Das hier? Ja. Nein, geht nicht. Was hast du denn jetzt gemacht? Entschuldigen oder was? Ich krieg dich Entschuldigung. Nein, das war meiner. Ach, kein Bock mehr, ganz ehrlich. Scheiß auf Diablo. Ich geb's zurück. Wir hätten mit mir... Ich geb's zurück. Ich bring's jetzt zurück. Ich hab doch zwei Wochen Umtauschrecht oder so. Ich geb's zurück, Schaffter. Kann ich den Helden nicht irgendwie wiederbeleben? Oh, wir müssen den Text durchlesen. Deine Taten werden wohl vergessen sein. Ja, eben. Schau mal, die ist tot. Kann man die nicht irgendwie löschen dann? Wer hätte einen Mönch spielen sollen, wie ich es am Anfang an gedacht habe, hätte er nicht spielen sollen. Das tut er als Magier. Ich hab sie einfach mal in die Halle der Gefallenen. Echt? Du hast eine Halle der Gefallenen? Ja. Ich mach nen Scheiß-Dämonenjäger. Ja, auf Normal. Äh, auf... Auf... Auf Hardcore. Spielen wir einfach mal Hardcore auf Normal. Da passiert ja gar nichts. Dann spiel mal Hardcore auf Qualvoll. Hardcore auf Qualvoll? Dann kommst du nicht zum Tor. Das will ich sehen. Das will ich jetzt sehen. Kann einer von euch mal erstellen? Ich kann keinen Gewaler stellen. Der Frank kann. Wir müssen mal gucken. Mach mal. Ich kann 60er auf Hardcore. Wie das aussieht überhaupt. Erstmal muss ich einen neuen Charakter nehmen. Ey, ich muss auch erst mal einer stellen. Was mach ich denn jetzt für einen am besten? Hat einer einen Tipp? Mönch Hardcore. Mönch? Ja. Mönch Hardcore. Was bin ich denn dann? Ich nenn ihn Brandy. Liene. Nummer 2. Brandy Liene die 2. Permanenter Tod. Ihr habt nur ein Leben. Kühner Held. Solltet ihr sterben? Bitte? Schau mal die Krone mir. Okay. Soll ich ihn also echt in HC erstellen? Du hast doch gerade selber HC gesagt. Da machen wir einfach HC. Jetzt hat er die Wuppe von der Flasenburg gerade zum Landführer gekriegt. Ich habe das nicht gezogen. Nee, Meister geht nur. Halb neune. Leicht. Meister geht nur, Justin. Auch gut. Wir haben Meister ein Spiel existiert, wo es einklicken könnte. Die Gruppeneinladung konnte nicht angenommen werden, toll. So, ab morgen gehts dann ernsthaft los in Diablo, mal im Ernst, oder? Gros, bis zur Kiste können wir uns aber noch prügeln. Ernsthaft? Bis zur Kiste? Welche Kiste wohl? Die Kiste hinter dem Tor. Pam, puh, pam, peh, papo, pam, peh. Versteht ihr beide? Nein. Beide beide, ja? Ist doch egal. Ich spiel doch bestimmt keinen Fernkämpfer hier, nix da. Okay, spiel auch Mönch. Ich bin noch schneller tot. Sorg hätt ich nie mit mir mal eingefallen. Hau ab. Hat der jetzt ernsthaft auch nen Mönch, oder? Ja, vor allen Dingen ist er 56 hart. Hallo. Ihr wollt ja bis zur Kiste prügeln. Schaff ich. Nein, so nicht. So macht's dann Spaß. Ja gut, dann geh ich. Jetzt will ich nicht mehr. Was macht denn auch Meister bitte Spaß? Dein Charakter sterben sehen. Schau doch oben rechts ein. Die Mönche sind auf Level 1, so wie wir sind, nicht so wie du bist. Wir kriegen ja gar keine EPs mehr. Ne, natürlich nicht. Wie denn auch? So, da habt ihr euch bis zur Kiste gepült. Und ich hab sogar nen Erfolg Aroma verdient. Ah, ich auch. Frank, auch. Beschwert euch mal nicht. Haben wir auch geschafft. Tötet innerhalb von 15 Sekunden alles, was die nur Tristram anbreibt. Naja. Ach, das Gold, was mein anderer hat, das behält der. Ja, du hast ein einziges Gold von Hardcore und Non-Hardcore getrennt, ne. Normal halt. Ach so. Ja, ja. Wie soll ich denn dann spielen? Da bin ich ja nicht voll geschützt. Da kann ich ja sogar nen Dämoniäger spielen. Ne, du spielst auch ne München. Nein, hat er doch. Hat er doch. A55. Da spielst du halt noch einen. Nein. Er spielt nen Hexendoktor. Spielst du dann Doktorspieler mit uns? Z. Spielts wieder ein Leck. Ich? Ja. Nö. Doch. Nein! Doch. Ich hör mich doch bis hier, dass ich nicht lecke. Doch. Doch, wenn du weiblich ne Hexendoktor spielst, hier kann sie Gegner verfluchen. Ich brauche einen Händler. Mann, wir haben in unserer Rolle versagt. In diesem Schaden. Ich hab's auch noch extra gesagt. Weg da, weg da, weg da. Bist du im Skelettkönig? Ich brauche vor heute noch. Ufft gut. Ich hab das genau gesehen. Ich hab damals Vortex gelesen statt vereist. Ich hab auch alles möglich. Ich hab ja noch nicht mal die Chance, das fliegende Zäpfchen einzusetzen. Das fliegende Zäpfchen solltest du nicht einsetzen? Jetzt mach ich die Quest schon zum zweiten Mal. Schon. Und wieder Hardcore. Ja, mit mehr Chancen zum Überleben. Ja, der Münch hat bessere Chancen zum Überleben. Eigentlich der beste HC Charakter. Wie der Kreuzritter sind und abschneidet, weiß ich nicht. Wo seid ihr? Hier. Hier ist gut. Das sind wir doch gar nicht mehr spielen. Ich weiß nicht, was ich mir erstellen soll. Bleib halt erst mal bis zu meinem Barbar-Anhau. Ja, wir sollen bis zu deinem Barbar-Anhau leveln. Du hast sie ja noch alle. Warum? Du bist 13. Du bist 13. Ach ja. Denk dran, jetzt bist du mal da, Brandy. Morgen mein letzter Schultag, dein Prüfungen, das geht echt nicht. Wie letzter Schultag? Ja, letzter Schultag im Sinne von letztes normales Schultag. Und was? Ich habe Freitag Freitag frei. Ich bin am einen der beiden Tage und bin eine halbe Stunde in der Schule, um meine Prüfung zu machen. In Englisch. Echt? Mhm. Also wenn ich Freitag dran bin, habe ich Donnerstag den ganzen Tag frei und muss Freitag halbe Stunde hin und umgekehrt mit Donnerstag. Ich finde natürlich besser, dass ich Donnerstag dran komme, weil ich Freitag nicht ganz frei und einfach Feierabend. Dann würde ich sagen, wenn das so ist und ihr alle Feierabend, machen wir ja auch Feierabend. Wir haben keinen Bock mehr. Jetzt habe ich gar eh... Ich werde nie wieder Diablo 3 anmachen wegen dir. Nur wegen dir. Wegen dir? Ja. Wir würden morgen einfach mal auf Qual einfangen und ganz normal spielen. Na eben. Ich wollte gerade sagen, fangen wir einfach auf Qual voll an und dann auf normal. Ja, ohne HC. Ne ne, schon mit HC. Also wenn wir Qual voll anfangen, dann mit HC. Ganz dringend. Also das hier ist die höchstens schwierige, dass du die Bewerbzeit erstellen könnt. Das hier. In HC, ja. Ja, außer ich level mein Mönch morgen 5 Level, dann kann ich auch ein Qualspiel erstellen. Ach so. Weil man muss doch mindestens 1 auf 4,60 ablen. Du hast ja auch eigentlich dein Qualspiel. Ich hab ja jetzt hier nicht durch. Ja, weil du nur den Kreuzratler spielen wolltest. Naja, dann hau ich mal hier raus aus Diablo. Wir können ja weiterquatschen noch. Dann sehen wir uns demnächst. Ach, erstmal alles schön bunkern. Wie aber kein Reservate-Charakter hat und trotzdem alles erhalten geblieben ist.